Herzlich Willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Experten-Podcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber Peter Blum. Herzlich Willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei der Auswahl einer Unternehmenssoftware muss mir niemand helfen. Das nehme ich schon selbst in die Hand. Kurz im Internet checken, was der Markt so bietet, ein paar Erfahrungsberichte vergleichen, dann treffe ich eine Vorauswahl. Die Hersteller auf meiner Shortlist lade ich dann ein und lasse mir die Produkte vorführen. Und das überzeugendste Produkt bekommt dann den Zuschlag. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Tja, bei vielen Firmen läuft der Auswahlprozess für ihre Business Intelligence Werkzeuge tatsächlich so oder ähnlich ab. Und einige, wenige haben mit dieser Strategie sogar einen Treffer gelandet. Bei den meisten allerdings entpuppt sich die so erworbene und oft teure Software im Alltagsgeschäft als kompletter Fehlkauf. Und das deshalb, weil die Auswahlkriterien von Anfang an falsch oder unvollständig definiert waren. Beim Auswahlprozess wurde schlicht aus der Hüfte geschossen und damit wertvolle Zeit verschwendet, Budget verbrannt und auch die persönliche Reputation im Unternehmen manchmal aufs Spiel gesetzt. Niemand, niemand will bei einem Projekt in diese Falle tappen. Und deshalb sehen wir uns genauer an, wo der Fehler liegt und skizzieren anschließend, wie eine solide Projektplanung aussieht, die sicher zum Erfolg führt. Worin liegt also das Risiko, ein Business Intelligence Projekt auf eigene Faust zu starten? Ganz einfach, weil viele Unternehmen mangels Erfahrung den vierten Schritt vor dem ersten setzen und den zweiten und dritten ebenfalls überspringen und dass sie dabei ins Stolpern geraten, ist nicht verwunderlich. Wäre es nicht sinnvoll, zunächst die eigenen Ziele festzustecken, bevor sie eine Marktrecherche beginnen? Denn worum geht es wirklich? Es geht doch um Ihre Anforderungen. Es geht um Ihre Ziele im Unternehmen. Es geht darum, welche Antworten Ihre Business Intelligence Werkzeuge liefern sollen, wie Sie Ihre Planungsreporting und Analyseprozesse deutlich verbessern können. Klarheit verschaffen sollten Sie sich vor der Softwareauswahl auch über die aktuelle Situation in Ihrem Unternehmen. Haben Sie bisher bevorzugt mit Excel gearbeitet? Wie sieht es mit Ihren Datenquellen aus? Und ebenso wichtig, was passt zu Ihrer Budgetvorstellung? Erst wenn diese Fragen geklärt sind und viele weitere Fragen, lohnt es sich, die Software selbst in den Fokus zu nehmen. Welche Kriterien muss sie unbedingt erfüllen? Welche können sein und welche braucht es auf keinen Fall? Alle Projektmanagement-Experten sind sich einig, Erst wenn diese drei Phasen abgeschlossen sind, ist es sinnvoll, nach einer Software-Ausschau zu halten, die Ihre vorher festgelegten Anforderungen und Ziele erfüllt. Sofern Sie bei Ihrem Business Intelligence Projekt einen unabhängigen Sparringspartner mit ins Boot nehmen, wird dieser eine ähnliche Strategie verfolgen. Er wird auf jeden Fall bei Ihren Anforderungen und Zielen beginnen und Sie anschließend sauber und zügig durch alle folgenden Phasen führen. Ein erfahrener Berater ist in der Lage, nicht nur Meilensteine im Vorfeld exakt zu definieren, sondern auch die benötigte Zeit bis dahin punktgenau zu kalkulieren. Er hat aber noch weitere Asse im Ärmel, zum Beispiel vorbereitete Checklisten, mit denen Sie die Kriterien Ihrer Software-Auswahl in sehr schneller Zeit identifizieren können und das mit der Sicherheit an alles Wesentliche auch gedacht zu haben. Auch eine langwierige Anbieter-Recherche bleibt Ihnen erspart. Als Experte hat er den Finger kontinuierlich am Puls des Marktes und kennt als Insider sämtliche Hersteller mit ihren Stärken und Schwächen. Und er ist sich bereits in der Auswahlphase bewusst, dass er anschließend auch für den Erfolg bei der Implementierung und beim laufenden Betrieb verantwortlich ist. In Phase 4 eine Fehlentscheidung zu treffen, die ihm in den Phasen 5 bis 8 um die Ohren fliegt, das kann er sich auf keinen Fall leisten. Dass wir bei Advisium mit dieser Strategie richtig liegen, können Sie an der hohen Kundenzufriedenheit messen, für die wir als einzige Anbieter der Business Intelligence-Branche das renommierte Gütesiegel Top Consultant als bestes Beratungsunternehmen in Deutschland erhalten haben. Wenn auch Sie der Meinung sind, dass es jetzt Zeit für Phase 1 Ihres Business Intelligence-Projektes ist, dann kontaktieren Sie mich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin beste Performance, Ihr Peter Blum und bis zum nächsten Mal.